Meine Mutter, die alles kennt, die sagt, die Medien erzählen nur Lügen und so weiter und so fort und die total sauer ist. Oder ich glaube, mein Vater, wenn der einen von diesen Reportern in die Hände kriegen würde, würde er in den Schädel einschlagen. Ohne Quatsch. So, guck mal. Und der, meine Mutter sagt, wir sind jetzt nach Marokko geflogen und im Flugzeug, sagt die zu mir, so sagt meine Mutter zu mir. Da war dann auf einmal ein Mann, der so rumläuft wie du mit Bart und allem rum und dran. Da sagt sie, weißt du was, boah, ich habe richtig Angst gehabt, dass vielleicht das Flugzeug in die Luft gejagt wird oder so. Da sagt meine Mutter, guck mal, wie das wirkt. Ich weiß doch, sagt mein Bewusstsein, weiß doch eigentlich, dass das totaler Quatsch ist, was die Medien alles erzählen. Aber guck mal, ich weiß ja, dass das falsch ist, du bist mein Sohn. Aber guck mal, wie das auf mich gewirkt hat, trotzdem. Und deswegen, Leute, hier gibt es, Brüder, die Lunte ist schon gezündet. Das muss man kapieren, die Lunte ist schon gezündet. Wenn du wachtest und denkst, du bleibst daneben stehen, es wird schon irgendwann aufhören, dann wird dich schon Ruhe lassen, wirst du platt gemacht werden. Allahu a'lam. Bruder, alle geschichtlichen Fakten, und ich hoffe, ihr habt das heute hier gesehen, was ich euch gebracht habe, zeigen, es sieht alles nach Völkermord aus, Achie. Es sieht aus, dass hier richtig zur Sache geht. Die Lunte ist gezündet, diese Hetze, die schon Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, die ist gezündet. Dieses, wenn wir jetzt nicht aufpassen, wenn wir jetzt nicht aufstehen, die werden uns erobern, die werden dieses, das hat immer funktioniert in der Geschichte der Menschheit. So sind alle Kriege. Schau dir die Geschichte von allen Kriegen an. Ach, ich glaube es mir, jeder Krieg ist so, wenn wir jetzt nicht handeln und die werden uns erobern, irgendwie, weil die haben immer alle gedacht, sie sind im Recht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Mir fällt kein Krieg in der Geschichte der Menschheit ein, wo derjenige, der den Krieg angefangen hat, gedacht hat, er wäre im Unrecht. Die denken immer, sie sind im Recht, wir müssen uns schützen, ansonsten werden wir erobert. Genau das machen die heute. Wenn wir jetzt nicht was tun, wenn wir jetzt nicht was tun, unsere Kinder und Kindeskinder, denen sind wir es schuldig. Für diese Werte haben wir so viel Blut vergossen. Genau dieses dumme Gelaber, überall. Und die Muslime halten den Mund. Bruder, die Lunte ist gezündet. Wenn du neben der Lunte stehen bleiben willst, dann warte, dann geht die Bombe hoch. Nee. Dir bleibt nur eine Sache übrig. Die Lunte zu packen. Vielleicht wirst du dich verbrennen. Vielleicht wirst du die Lunte nicht zugemacht kriegen. Vielleicht wirst du dich verbrennen. Aber wenn du daneben stehst, wirst du dich nicht nur verbrennen, sondern du wirst platt gemacht werden. Wallahu alam. Allah weiß, was in der Zukunft passiert. Aber wir schauen uns die Geschichte an. Und deswegen sage ich zu allen Muslimen, auch die ganzen Dummschwätzer, die da draußen rumlaufen, die keinen Plan haben. Glaubt es mir, wir haben schon einen Schritt weiter gedacht. Wir haben uns mit dieser Lage unterstützt. Wir kennen die Lage in diesem Land besser als ihr. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann lasst wenigstens unsere Aktionen an Ruhe. Aber jetzt ist es Zeit gekommen, für alle Muslime auf die Straße zu gehen. Und jetzt ist es Zeit, für alle Muslime bei ihrem Nachbarn an der Tür zu klopfen. Jetzt ist es Zeit, für alle Muslime sich für ihre Religion zu bewegen und Dauer an jedem auch zu machen. Und wer denkt, er wird in Ruhe gelassen werden, indem er die Dauer in den Stich lässt, indem er sich totstellt, der wird sehen, was ihm passiert. Wenn ein Wolf in eine Schafserde reinläuft, haben die Schafe verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, oder sagen wir ein Hund, Möglichkeit Nummer eins, sie laufen alle in eine andere Richtung. Sie werden alle sterben. Nacheinander. Heute ist es das Schaf A, morgen Schaf B. Die zweite Möglichkeit, die sie haben, ist, sie stellen sich tot. Der Wolf wird merken, dass du dich totstellst. Möglichkeit Nummer drei, die Schafe und die Schafsböcke mit ihren Hörnern tun sich alle zusammen und laufen auf den Hund los. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie sie gewinnen können. Und das ist kein Aufruf zur Gewalt, sondern ein Aufruf dazu, diese Religion aktiv zu präsentieren. Das ist die einzige Lösung, die ich sehe. denn das ist die Sache, und das ist dieencie. Die Schafe, dieauthentik, cpaliche Musik, Vielen Dank.